Ja, das finde ich eigentlich gut, so als allgemeinere Überlegung oder vielleicht eben diesen Rahmen, weil ich die Beispiele, die du jetzt erwähnt hast, die finde ich tatsächlich sehr gut zu verstehen, auch was quasi auch dann diese Anfangsproblematik war, die ich erwähnt habe, dass es sehr schwer ist, da reinzukommen und das Konzept so zu verstehen, dass man es quasi sinnvoll umsetzen kann, weil es ja einfach sehr strikt wirkt und eben es ist ein dynamischer Arbeitstag, da kann alles hier und da passieren. Aber so wie du es eben gesagt hast, finde ich das viel interessanter, das quasi zu unterteilen und in einem ersten Analyse- und Reflexionsschritt erstmal die eigenen vorgegebenen Arbeitsprozesse sich durchzudenken sozusagen und anhand dessen mal beginnen zu überlegen, erlaubt mir, der schon in der Arbeit implizit Arbeitsprozess erlaubt, es mir überhaupt eine gewisse eigene Fokussierung vorzunehmen. Und das finde ich super wichtig, weil wir sind immer wieder bei diesem Reflexionspunkt, der ja für uns immer wichtig ist und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner erster Punkt, dass du dir erstmal überhaupt über die Arbeit so weit bewusst wirst, dass welche Dinge, die ich da in meiner Arbeit mache, sind da quasi schon implizit drinnen in meiner Stelle oder wie auch immer in dem Projekt, in dem ich gerade arbeite. Und das ist eigentlich ein super erster Schritt, weil dann sehe ich, okay, ich gehe entweder von Meeting zu Meeting oder von quasi konkreten Deadlines zu Deadlines, dann ist ja dieses Time-Blocking für die Arbeit gar nicht mehr so relevant für mich. Dann ist eigentlich viel, viel relevanter der Punkt, den du erwähnt hast. Dann muss ich dieses Time-Blocking beinhart für mein eigenes Well-Being nehmen und dann eben sagen, unter Anführungsstrichen, ich time-blocke mir diese 30 Minuten zwischen zwei Meetings und mache dort eben ein Kaffee mit einer Meditationssession oder mache dort meine drei organisatorischen Dinge oder halt mein Shutdown-Journal zu der und der Zeit und nehme mir Zeit, quasi fertig zu werden an einem Arbeitstag. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass man das quasi in diese Entwicklungsstritte zuerst nimmt, dass man sich zuerst seine Arbeit näher hernimmt und überlegt, ist das überhaupt etwas, das in meiner Arbeit sinnvoll ist oder machbar ist und dann als zweiten Schritt, beziehungsweise dann darauf aufzubauen und zu sagen, ja okay, dann ist ja das viel wichtigerer ist, dass ich mir selber Time-Blocking, also Zeit für mich selber blocke sozusagen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das, glaube ich, den Einstieg auch erleichtert, dass ja das Time-Blocking nicht heißt, dass du von 0 bis 24 Stunden deines Lebens quasi Time-Blockst und klar kann sich dynamisch was ändern, aber dass du halt dann, ja, schlafen kann ich nur von der und der Zeit. Mein Frühstück darf ich nur in der und der Zeit essen und dass du dann quasi so deinen Tag aufpasst. Das ist ja eben eher kontraproduktiv und stresst vermutlich eher, sondern es ist eben spannender, dass tatsächlich als, ja, ich weiß gar nicht, was das ein gutes Wort wäre, vielleicht so als Empowerment für die Arbeitsprozessgestaltung, dass du halt tatsächlich deinen eigenen Tag in die Hand nimmst sozusagen. Und das würde ich noch dazu eben genau mit deinem Punkt, mit dem Wellbeing halt auch so sehen, dass auch wenn mir meine Arbeit einen sehr, sehr engen Rahmen schnürt, dass ich halt, ich weiß, dass ich von eben 10 bis 14 Uhr muss ich dies und das machen, dass quasi dadurch, dass ich den Tag selber in die Hand nehme, Time-Block ich mir danach zum Beispiel eine Stunde, wo ich meine Lieblings-Blocks zum Beispiel lese oder eine Fortbildung mache. Und da hat das Ganze wieder, also die Enge der Arbeit unter Anführungsstrichen bekommt dann nochmal einen ganz anderen Drall oder einen ganz anderen Flow, wenn ich quasi dieses Time-Blocking für mich nutze und nicht mich nutzen lasse von den Arbeitsprozessen, die mir quasi vorgelegt werden. Das finde ich eigentlich einen super, super wichtigen Punkt.